Samstag, 24. Juli. Kleine Komplikationen und Ablenkungen sind sehr wahrscheinlich. Diese kosten Ihnen dann viel Zeit. Es ist daher besser, sich heute keine zu große Aufgabenliste zu erstellen, sondern alles etwas laufen zu lassen. Kleinkram ähnlich erledigen wäre sinnvoll, aber achten Sie darauf, sich auch dabei nicht zu verzetteln. Sie sind geistigwendig und sehr kommunikativ. Es wäre daher sinnvoll, Präsentationen, Vorträge und Ähnliches anzusetzen. Offenheit und Vielseitigkeit sollte unbedingt genutzt werden.